Hello, my friends, and welcome back to Alisha Online. Heute sollte ich mal von Bulle, ich glaube auch jemand hat geantwortet, nochmal die Items erklären bei zum Beispiel Magie, was die Items an sich was bringen, was die überhaupt bringen, wie man sie nutzen sollte. Ja, und dazu werde ich heute mal erklären, was so für Items es gibt und ja, was sie bringen. Denn die Items, es gibt zum Beispiel in Magie Einzel, auch Items genauso wie in Magie Team, aber in Magie Team gibt es zwei Items, die halt nur im Team-Format drin sind. Und zwar gibt es als erstes, Gott, ich muss echt immer überlegen, ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo, ich glaube, Übung, Magie, ja, Schild, genau, Schild, Grundlagen, Übung und so gibt es hier auch, zum Beispiel Drache, wie man es abgibt und so. Natürlich, ähm, das Schild bekommt man meistens auf den ersten Plätzen, so ersten zwei Plätzen. Es kann aber auch mal sein, dass du es in den hinteren Plätzen bekommst, was natürlich nicht so ganz so sinnvoll ist, weil du damit halt nur abwehren kannst und sonst halt nichts. Deswegen, das Schild ist zum Abwehren da. Es gibt auch hier das normale Schild und das kritische Schild. Das normale Schild kannst du normale Angriffe mit abwehren und das kritische Schild kannst du kritische Angriffe mit abwehren. Das heißt, wenn du ein normales Schild hast, aber ein kritischer Angriff kommt, dann verploppt das Schild und du rollst. Also du wirst trotzdem getroffen, weil das Schild halt durchbrochen wurde. Muss man immer mit bedenken, ob der Hit kritisch ist oder nicht. Natürlich ist es immer praktisch, wenn man kritische Angriffe und Verteidigung hat, aber nicht immer bekommt man das. Zum Beispiel mit einer Rüstung kannst du die Chance auf kritische Sprüche und Angriffe und Verteidigung natürlich erhöhen. Sollte man auch, aber jeder hat seinen eigenen Spielstil. Zur Verteidigung, das ist das einzige Item, wo man eigentlich verteidigen kann, das Schild. Jetzt kommen wir zu den Angriffen. Das Eis ist ein Nahkampfangriff. Also man bekommt es auch auf den ersten Plätzen, auf den ersten und zweiten Platz meistens. Es kann aber natürlich auch sein, dass du die im hinteren Plätzen bekommst oder das Item auf der Strecke liegt und du es einsammelst. Sonst bekommt man das auf den ersten zwei Plätzen ganz oft. Damit das Eis pflanzt du auf die Strecke. Du kannst es auch in die Luft pflanzen. Wenn du gerade gleitest, dann geht es auch in die Luft. Und wenn Gegner da reinlaufen, Spieler, dann werden sie kurz verlangsamt und bleiben quasi halt kurz stecken und dann gehen sie weiter. Das ist wie, wenn du Mario Kart in eine Banane reinfährst. So kann man das gut sagen. Und wenn du sie halt nach vorne, also wenn ein Gegner vor dir ist, setzt du das Eis ja einen Ticken weit nach vorne und dann wird es ja trotzdem getroffen, weil du denen ja genau das Eis in den Spieler reingesetzt hast. Außer Elektrom. Aber häufiger ist es der Fall, dass sie dann natürlich auch kurz verlangsamt werden und du sie dann überholen kannst. Dann gibt es noch das Angriffs-Item Schuss. Also dieser Elektrofeuerball da, dieser Elektroball. Dieses komische gelbe Zeug da. Was so ein bisschen elektrisiert, so strommäßig. Das sieht gelb aus. Damit kannst du Leute abschießen. Denn natürlich gibt es bei jedem Item natürlich entweder kritische, kritisch oder normal. Wisst ihr, ne? Kritische Angriffe fügen mehr Damage hinzu. Und ja, kritischer Schuss, da bringst du eine Person zum Rollen und normaler Schuss, dann fliegt der ja kurz auf die Fresse, sag ich mal so. Damit muss man erstmal warten, bis so ein, beim Spieler, sag ich mal, ich bin jetzt hier so hier und das, also ich jetzt, bin jetzt, sag ich mal, der Gegner. Da muss hier über meinem Kopf, beziehungsweise jetzt im Gegner der Fall, so ein Pfeil angezeigt bekommen. So ein Pfeil, das du anvisieren kannst, dass er gerade in Reichweite ist und dann musst du genau auf die Taste drücken, damit du auch ihn anzielst. Man kann auch mit dem Schuss anziehen, wenn man die Taste gedrückt hält, damit man so die, wenn er jetzt, sag ich mal, der Gegner Schild hat, dass man quasi ein bisschen austricksen kann. Dass man sagt, hey, ich ziel dich nur an, du denkst, ich schieße jetzt, dann setzt er dein Schild ein, warte ich, bis er eingesetzt hat, das Schild vorbei ist und dann schieße ich erst ab. Aber das muss man echt, damit muss man erstmal klarkommen. Zum Beispiel mache ich das, zum Beispiel, ich ziele an, gucke nach hinten, dann brauche ich nicht mehr die Taste drücken, weil es dann automatisch abgebrochen wird. Und dann kann ich nochmal schön normal driften und so weiter und dann warte ich, bis ich schießen kann. Dann gibt es diesen Feuerdrachen. Das ist, ja, dieser, so was rötliches, das rötliche Item, so halt so ein Drachenkopf ist das. Du kannst dem jemandem das geben oder du kannst es natürlich auch bekommen. Und es gibt dann diese Feuerbälle über deinem Kopf. Ich glaube, vier oder fünf gibt es, glaube ich, fünf Feuerbälle. Und dann kommt dieser Drachenkopf und spuckt dich an und dann wirst du getroffen, außer du hast es chillt und kannst es abwehren. Aber während dieser Zeit, wo diese Punkte kommen, diese Feuerbälle, die auf deinem Kopf entscheiden, kannst du den Drachen abgeben, damit der andere Gegenspieler davon getroffen wird. Sollte man natürlich machen, weil wenn es natürlich kritisch ist, du hast keinen Bock zu sterben. Deswegen gibst du den mal eben deinem Gegner ab und so und der schlippt dann. Ist natürlich ganz schön scheiße, wenn du jemandem was gibst, aber der gibt dir das wieder zurück. Also du hast dich quasi mit deinen eigenen Waffen geschlagen damit. Also, ne, da muss man echt aufpassen. Jetzt bin ich am überlegen, was es noch gibt. Ja, natürlich ein Booster. Also dieses Hufeisen, das gibt dir natürlich Boost, damit du schneller bist. Logisch. Dann gibt es noch, was du in den hinteren Plätzen bekommst. So gut wie fast immer auf dem hinteren Platz, aber ich habe es auch mal bekommen ganz vorne, was ein bisschen OP ist. Aber ich habe es auch mal bekommen, die Phönixfeder. Ja, das ist wie der Kugelwilli. Du schießt nach vorne, das ist so ein richtiger Boost, wo dich keine Items was anhaben gerade. Dich kann auch keiner irgendwie anvisieren, gerade in diesem Zeitpunkt. Du kannst durch Eis laufen, du kriegst auch keinen Feuerdrachen oder sonst was. Du kannst damit sogar auch einen Feuerdrachen abwehren. Es sei denn, du hast kein kritischer Phönixfeder und der Drache ist kritisch. Dann hast du ein bisschen verkackt. Aber sonst ist das, ja, eine Phönixfeder. Wobei ich sagen muss, dass die normale Phönixfeder nicht so viel Boost mit sich bringt, wie eine kritische. Also kritisch, da merkt man schon, dass da man ein bisschen Boost hat. Aber eine normale finde ich nicht so, nicht so krass, muss ich sagen. Also laut meinen Erfahrungen. Ich glaube, das waren jetzt alle Items, die man in Magie einzeln bekommen kann. Ach nee, es gibt noch zwei alte Nups. Und zwar dieses dunklese lila Zeug, nenne ich das mal. Das ist, wenn du es auf jemanden abschießt, wird die Sicht dunkler. Du kannst weniger von der Strecke sehen und dein Pferd läuft außer Kontrolle. Du kannst es nicht wirklich mehr lenken. Und du kannst es natürlich noch lenken. Aber es macht es quasi so. Also es ist so ein bisschen so, so, wie, wo bin ich? Ich bin voll auf Doping. Das ist ein bisschen, ja, wirklich auf Doping. Es hat dann keine Ahnung und weiß nicht, wo es hinläuft, weil es halt nichts sieht. Und so ist es auch, wenn du das bekommst. Du siehst nicht so viel von der Strecke. Natürlich siehst du noch die Karte. Deswegen finde ich das Item auch relativ unnötig. Nur diese Lenkung ist halt ein bisschen dann auch schwammig. Aber es ist natürlich beabsichtigt bei diesem Item. Normales, äh, von diesem normalen Item, also normaler Angriff, zieht nur auf eine Person. Wenn dieser, wenn dieses Item kritisch ist, dann werden alle Personen davon betroffen, die vor dir sind. Und verlieren die Sicht. Nur mal so. Und, ähm, dann gibt es noch dieses Fußfessel-Item. Das ist, dass du halt nicht mehr springen kannst. Und auch nicht gleiten kannst. Du fällst also, wenn du abgeholt gehst, einfach runter, weil du nicht doppeljumpen kannst. Kannst generell nicht jumpen. Somit läufst du nur, bist auch langsamer. Also zum Beispiel, ein Kontrollpferd kann ja schneller bergablaufen und verliert auch beim Berghochlaufen keine Geschwindigkeit. Aber beim Bergablaufen wirst du ja schneller. Aber wenn du Fußfesseln hast, dann wirst du nicht schneller, weil du halt gefesselt bist. Gott. Und da gibt es auch wieder einen normalen Angriff. Also die, die vor dir sind, kriegen die normalen Fußfesseln. Das hält nicht lange. Und wenn es kritisch ist, hält die, halten die Fußfesseln noch ein bisschen länger als der normale Angriff. Ich finde dieses Item auf hinteren Plätzen total unnötig. Aber wenn du es bekommst, dann hast du halt ein bisschen, ne, Pech. Aber gut. So, das waren jetzt aber die Items, die es gibt. Nein, es gibt noch eins. Und zwar das Blitz-Item. Das ist wie der Stachy-Panzer. Der geht immer auf den ersten Platz. Immer. Da muss man aufpassen, wenn man Team spielt. Wenn dein Team-Mate vorne ist und du Blitz abschießen willst, dann wird es automatisch gemisst. Es geht nicht auf den zweiten oder auf den ersten Platz im Gegner-Team. Das ist das Problem. Da campen dann auch immer welche mit. Das heißt, wenn du dann irgendwie überholen willst, dann hast du ein bisschen, ne, nicht so gut. Und, ja. Da gibt es auch hier wieder normaler Angriff. Kannst du mit einem, ne, normaler Angriff, kannst du mit einem kritischen Schild abwehren. Ich glaube, ich bin gar nicht mehr am überlegen, ob es so war. Braucht man da ein normales Schild? Ja, ne. Ich glaube, man braucht wirklich ein kritisches Schild, um einen normalen Blitz abzuwehren. Einen kritischen Blitz kann man überhaupt nicht abwehren. Also, da bist du einfach gearst. Muss man einfach sagen. Und jetzt kommen wir jetzt aber mal zum, wo zwei Items, die nur es in Team gibt, also in Team-Magie. Einmal das Zauberbuch und einmal den kritischen Stab. Das Zauberbuch ist, dass alle einen kurzen Boost von dein ganzes Team bekommt. Also ein bisschen schneller und dann vorbei. Also du kannst all deinen Teammitgliedern Boost geben. Und der kritische Stab ist, wenn du es einsetzt, dann hat jeder, auch du, selbst eine, in einer vorgegebenen Zeit, die steht da nicht, aber ein bisschen vorgegebene Zeit halt ingame, hast du die Möglichkeit, schnell ein Item zu bekommen. Und dieser, wenn es immer noch steht, links unten, kritische Chance, oder Critical Chance in dem Fall noch, dass dieser Angriff automatisch kritisch wird. Der wird safe kritisch sein. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen Stab eingesetzt, sehe vor mir ein Item, nehme es. Und wenn zum Beispiel dieser Elektro-Schussball ist, ich jemanden abschieße, wird der automatisch kritisch. Und somit sind dann halt alle aus deinem Team, haben dann die Chance, dann eben in diesem Zeitpunkt kritische Angriffe auszuführen. Ja, dann gibt es noch eine Kombination, wo die Angriffe automatisch kritisch werden. Zum Beispiel dieses dunkle Item da, womit man keine Sicht hat. Wenn man das auf einen Gegner schießt, dein Teammate einen Elektro-Schussball hat und ihn dann in dieser gegebenen Zeit, wo er nichts sieht, also dieses dunkle noch hat, dann wird er auch kritisch, dieser Angriff, weil das halt so ist, ist mir so aufgefallen. Es ist genauso wie bei Blitz, wenn der Erste aus dem Gegner-Team dieses dunkle Item da hat und dann ein Blitz auf ihn gefeuert wird, wird er auch automatisch kritisch. Das ist mir aufgefallen. Bei Drache ist es nicht so, aber bei Schuss und bei Blitz ist das auf jeden Fall der Fall. Also, falls ihr dieses dunkle schon um euch herum habt, dann müsst ihr trotzdem vorsichtig sein, dass ihr nicht abgeknallt werdet, weil sonst rollt ihr safe. Und das wäre am Ende nicht so geil, aber da hat man dann schon ein bisschen Schiss, weil du kannst dich auch nicht irgendwie porten oder so, weil das nicht funktioniert. Man kann sich nicht porten, wenn man dieses dunkle Scher hat und Fuß fesseln. Das funktioniert nicht. Nur mal so als Info. So, das waren die Items, die ich, ähm, ja, mal vorstellen sollte. Deswegen heute mal so ein chilliger Part, aber für diejenigen, die es interessiert. Ähm, ich level das Pferd mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo ich dieses Pferd ein bisschen level. Und falls ihr irgendwie noch irgendwelche Fragen habt oder ähnliches, dann könnt ihr es gerne immer wieder in die Kommentare schreiben. Und bis zum nächsten Mal von der Lischia Unline. Bis bald!